So, ich habe mal ein bisschen an den Einstellungen noch geändert. Und zwar die Gesamtlautstärke, die war hier auf 4. Das war mir zu laut, deswegen habe ich es erstmal auf 2 gestellt. Der erste Streich. Der Nachbar ist kein angenehmer Zeitgenosse. Das werden Sie schon noch herausfinden. Sitzt er einmal zufällig ruhig in seinem Sofa, ist das die große Ausnahme. Und die bestätigt ja bekanntlich die Regel. Aber vielleicht hält er ja nur so still, um seine Umgebung ungestört beobachten zu können. Budi gefällt das jedenfalls überhaupt nicht. Und so schaut er mal beim Nachbarn vorbei. 4 Streiche gibt es und wir müssen eine Mindestquote von 50% erreichen in 5 Minuten. Okay. Böse Nachbarn in... ...der erste Streich. So, sie kommen hier reingeschlichen. So, da haben wir was. Da oben ist er momentan ruhig. Jetzt ist er hier oben. Ah, hier ist noch eine Toilette. Okay. Er wird aufs Sofa. Okay. Was haben wir hier drin? Superkleber. Also hier unten ist gerade das Sofa, deswegen... Jetzt will ich da wieder aus dem Fenster gucken. So, die Antenne können wir präparieren. Stopp, 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 stopp. Uh, schnell raus. Jetzt hier hoch. So, jetzt Superkleber auf die Ding hier. Und was haben wir hier? Ein Ei. Benutze ein Ei mit Mikrowelle. Okay. So, gehen wir wieder rüber. Da kannst du die Nachbarin wieder angucken. 94%, 97%, sehr schön. Okay. Also ich glaube, man bekommt das noch besser hin mit 100%, wenn man erst das... Äh, das hier mal... Ne, erst das Ei, dann das Fernglas, dann die Antenne und das Pupskissen. Ist egal. Das war schon die erste Folge. Ne, wir machen pro Folge nur einen Streich. Dann bis morgen.